so karen garrett den kennen wir doch auch schon warum ist es noch mal gegen die ganzen typisch hier fahren obwohl wir die schon mal besiegt haben verstehe ich es nicht so ganz und hat damit sie das wohl so abgeht war toll ich finde mir klar geht es irgendwie in dem spiel nicht so ab so karen garrett zum zweiten mal so einmal hier im kreis gefahren ja die gucken das nicht so gut mein freund wo ist netz lang hey das ist die freiheitsstatue jetzt geht sie mal hier durch den park durch die polizei geht fröhlich hinterher war baum baum abgerollt ist aber hier ein reset verbrauch toll wo geht es denn hier lang bisschen unübersichtlich so endlich mal wieder auf der straße was kommt der heimlich schon wieder ja zu viel drückt kann es sein dass sie auf dem blättern zu viel rutscht ja hat auf der ziel geraten ja der rennt dadurch wie noch was und ich habe ja voll die probleme ja warum kann ich da nicht abkürzen und man packt ein auto das kann nicht sein kurz vorm ziel hier ja hallo ja es kommt nicht aus dem weg geht doch mein gott schönes auto so position 2 es kommt wohl das finale rennen würde ich jetzt mal schwer behaupten wir haben den amd gewonnen so das letzte der rennen gegen marcus blackwell den kennen wir doch auch schon gegen den sind wir doch vorher auch schon gefahren wir haben 15 Kilometer schon ganz schön langes Rennen Ja, hallo. Was rutscht da so? Oh, danke. Hui. Ah, hatte der einen Unfall, oder was? Mit dem ich so locker geholt habe jetzt? Boom. Okay, und das soll eine Abkutzung gewesen sein? Glaube ich kaum. Boah, es geht in New York von Verkehr ab, hier. Wohnen da etwa viele Leute, oder was? Ja, genau. So, Hallöchen, Markus. Jetzt schauen wir ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ja, hallo. So. Wow. Wow. Ja. Ja. Wow, danke schön. Wow. Wow. Ja, es geht ab. So, überlebt. Okay. Warum überlebt? Das ist ein bisschen Gegenverkehr da. Bäm. Oh, jetzt habe ich mir schon gedacht, so boah, das letzte Rennen ohne Reset, aber immer, wenn ich solche Gedanken habe, dann brauche ich 10.000 Resets. So. Aha, dann machen wir hier die Kurve. Nein, was mache ich? Okay. Oh, jetzt ist ein Arbor hier. Oh. Oh. Ja, jetzt ist er plötzlich neben mir, hallo? Oh, war noch 5 Sekunden hinter mir und dann ist er plötzlich neben mir. Bam, bam, bam. Alles kaputt machen. Ja, da kommt ein Zug. Wow. Ai, ai, ai. So, fahre ich jetzt irgendwie allein? Boah, es kommt hinter mir ein Zug, oder? Na toll. Hallo, ich kann gar nicht schneller fahren. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, toll. Lass mich halt schneller fahren. So, gleich da rüber. So, wie geht das, Junge? Wow. Ai, 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 ai. Welche Züge, hä? Jetzt geht es aber ab hier. So, alles abräumen. Hausstelle fertig hier. So, kommen wir dann langsam mal wieder raus. Woa, yeah. Voll stylisch hier an der Wand fahren. Nein. Verdammt, ich hätte links müssen. Oh. 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 Vielen Dank.